Ich bin 54 Jahre alt. Ich möchte mir doch für mich selbst entscheiden können, ob ich meine Zigarette rauche oder nicht. Und wenn sie dann am Schluss 23 Euro kommen, ja, vielleicht fahre ich vielleicht 23 Euro. Oder ich fahre 60 Kilometer weiter nach Holland und kaufe es mir dann da. Es werden nur noch Vorschriften gemacht und wir müssen machen. Nochmal, ich verstehe alles mit Kindern. Ich bin vierfacher Opa. Ich würde keine Zigarette im Auto rauchen mit meinen Kindern. Ich würde in der Wohnung, wenn meine Enkelkinder dabei sind, keine Zigarette rauchen. Ich gehe von mir zu Hause auf die Terrasse und rauche draußen. Aber lassen Sie mir doch bitte nicht jedes Jahr andere Vorschriften machen. Ich habe ja nur noch 30, 40, vielleicht 70 Jahre vor mir. Gehen Sie mir die doch mal.